So, da sind wir schon wieder in Gastown mit der vierten Folge von Staffel 2 und ich habe natürlich eure Kommentare gelesen und die haben mir gesagt, ich soll doch einfach schauen, wie lange ich letztes Mal von San Francisco ausgebraucht habe. Und da waren wir tatsächlich schon an Tag 72, das heißt, wenn ich in drei Tagen, nein, in zwei Tagen hier runterfahre und dann könnte ich danach in 17 Tagen nach Hause, dann wäre ich Tag 64 da und alles ist super und wir haben total gewonnen. Und ihr habt mir auch gesagt, das wäre total langweilig und deswegen fahre ich nach Winnipeg mit der Canadian Pacific Railway. Okay, ich möchte gerne verhandeln, hallo, verhandeln und direkt morgen schon abfahren, das Geld ist es mir wert in diesem Falle. Wir kommen dann für 930 bis Winnipeg, das sollte doch alles noch vollkommen machbar sein. Ich plane mal 4000 für die Überfahrt ein, so viel hat es über den Pazifik gekostet und viel mehr sollte der Atlantik dann auch nicht kosten. Okay, los geht's. Dann haben wir hier ansonsten nichts mehr vor, als einfach nur ganz flott einmal im Hotel zu übernachten. Ich war schon beim Markt, gab es da noch irgendwas? Ne, ich war da schon. Ich vergesse das immer, ich sollte das immer vor der Folge nochmal nachschauen, aber ich vergesse es immer. So, ähm, 11 Uhr fährt es ab, nur nochmal zum Doppelcheck. Und ich war natürlich nicht bei der Bank, das war natürlich auch ein strategischer Fehler, hätte ich noch machen sollen. Egal. Wird schon alles gut gehen. Was kann einem noch passieren, nachdem er den Nordpol überlebt hat? So, bevor wir uns zurückziehen, ähm, äh, poliere ich ein paar Schuhe in der Lobby, wir wissen ja, wie wir weiter wollen. Verdiene damit wieder ein bisschen Geld und dann reisen wir direkt ab. Gibt überhaupt keine Zeit zu verlieren. Kaltes Wetter, aber egal, wie... Kaltes Wetter. Gegen den Nordpol ist das ja nichts. Unsere Koffer passen auch rein. Ich weiß, ich werde dann in, äh, Regina. Ich denke mal, man spricht das Regina aus und nicht Regina. Ähm, wir werden da nicht aussteigen. Wir haben Sachen, die wir da verkaufen könnten, aber... Das muss dann wohl sein. Ich würde lieber durchfahren mit dem Zug. Ähm, die Zugführerin. Eine dunkelhaarige... First Nation ist das hier, ähm, Indianer. Die schaut mich komisch an. Äh, erstes Mal in der Canadian for Pacific Railway. Äh, ist das so offensichtlich? Oh, wir fahren auf der Linie von Gastown bis Ottawa. Aber man muss in Winnipeg umsteigen. Okay. Klingt erst mal ganz gut. Das heißt, immerhin die Zugstrecke ist wohl durchgebaut. Ähm, und hoffentlich hat sie mir dadurch, dass sie mir das jetzt verraten hat, auch die Strecke da drüben besorgt. Ähm... Äh, wir fahren um die Welt. Äh, deswegen wird diese Strecke bestimmt super sein. Ach, naja. Begeistert sie nicht. Diese Eisenbahnstrecke gehört der Blackfoot Confederacy. Äh, man darf hier nicht rauchen, kein Alkohol und keine Feuerwaffen. Ähm, alles klar. Na, kein... Kein Alkohol? Ah, okay. Man kann doch einem Franzosen nicht ein Glas Chablis, was auch immer das sein soll, verwehren. Naja, okay. Sie haben schon genügend Probleme mit den Whisky-Trinkern. Und, ähm, solange wir hier in einem Blackfoot-Train sind, müssen wir darauf achten, dass wir nichts trinken. Ich werde daran denken, nicht, dass wir irgendwie von Bord geschmissen werden. Und ich werde auch darauf achten, dass Monsieur Fogg nur brav seinen Tee trinkt. Ähm, schauen wir mal kurz in die Zeitung. Oh, unsere Abenteuer ist auch erwähnt. Und schon habe ich natürlich die Zeit verpasst, in der ich mit jemandem hätte reden können. Der Zug beginnt seine Reise. Aber erst als wir unterwegs waren, erkannten wir die schreckliche Wahrheit. Der Zug, obwohl komfortabel, war sehr, sehr langsam. Ähm, ohne Zweifel wegen der wilden Landschaft. Ja, ich meine, die andere Antwort hat gerade gesagt, es dauert eine Woche. Aber selbst eine Woche sollte immer noch easy machbar sein, nachdem wir bei den Nordpol so viel abgekürzt haben. Ähm. Wie dem auch sei, machen wir halt eine langsame Tour durch den Kontinent. War denn die andere Eisenbahn so viel schneller? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, ich wollte mit jemandem reden. Verdammt, verpasst. Ähm, Mosi Fock und ich waren in einem geteilten Abteil und ich, mein Auge traf einen breitschuldrigen Kerl, der mit seiner kleinen Frau reiste. Ähm, der möchte sich, äh, der ist zum Goldrausch nach Kanada gezogen und hat aber was da gefunden. Ah, ein wenig, aber nicht genug, um sich hier wirklich niederzulassen. Gibt ihr mal ein nächstes Mal. Oh, der Frau geht's nicht so gut? Naja. Das kürzen wir mal ab. Nicht so interessant bis jetzt. Ich möchte eigentlich mit Leuten reden, ich muss die Route weiterfinden, weil ich hab sie nicht bekommen da hinten. Der Train, äh, der Zug hat einen kurzen Zwischenstopp in Calgary und, äh, diese Mettis-Frau steigt aus, wer auch immer das ist. Die Tickets werden überprüft, die Raucher, ähm, was macht der mit denen? Also, der, der, der schnappt sich die Raucher, die, äh, hier gegen das Verbot verstoßen, wenn ich das richtig verstehe. Und dann steigt auch dieser, ähm, Goldsucher hier aus und trägt seine Frau, die total blass geworden ist und ziemlich schwankt. Es hat wohl ein bisschen Reisekrankheit hier. Okay, jetzt möchte ich aber mit dem reden. Okay, Monsieur Fleet, kenne ich noch nicht. Winnipeg, erzähl mir was. Jaja, Winnipeg. So, welche Routen gibt's hier? Duluth ist, glaube ich, auf der Route. Da frage ich mal als erstes. Äh, okay, da gibt's wohl keine Route. Ähm, was mag ich hier? Äh, äh, so, äh, Snow? Ich mag den Schnee nicht, ganz genau. Es ist viel zu cold. Äh, kalt. Winnipeg, erzähl mir mehr. Äh, von Winnipeg nach Toronto müsste auch da drüben sein. Ah, nutzlos, Deckerl, nutzlos. Winnipeg nach... Puh, ach, erzähl mir etwas über Toronto. Ja, die, die, die Kaufsachen sind mir ja immer vollkommen egal. Ah, ich hab doch eine Route bekommen. Ja, nach Chicago? Also, auch okay. Ja, warum nicht? Aber ich dachte, der Zug fährt nach... Was hat sie gesagt? Nach Ottawa. Oder? Naja. Schauen wir einfach mal. Äh, ich werde auf jeden Fall der Zuglinie folgen. Egal, ob die jetzt ein bisschen länger dauert oder nicht. Ist ja alles ganz gemütlich und ohne viele schlimme Dinge, soweit ich das erkennen kann. Kein Jesse James, der uns überfällt oder so. Wofür es übrigens ein Achievement gegeben hätte, wenn wir ihn entwaffnet hätten. Aber ich hab mich letztes Mal nicht getraut. Ähm, im Speisewagen wird getratscht und gequatscht. Ähm, die Suppe wird kalt. Äh, während die Kellner die neuesten Nachrichten mit den Passagieren austauschen. Ähm, ich schnapp mir selber eine Schüssel und löffle den Inhalt so schnell ich kann. Eine Suppe muss verspeist werden. Und ein Kainai-Kellner mit einer stylischen Lederjacke möchte mich gerne up-to-date halten. Ähm, irgendein, der Passagiere hat das heute Morgen gesehen. Kawoka Otunwe. Was? A what? Ein was? Katoka! Äh, Kawoka Otunwe. Eine schwimmende Stadt in Lakota. Okay. Und, ähm... Achso, Lakota ist eine Sprache. Ach, ich kenn mich hier nicht aus in der Gegend. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier alles vollkommen falsch erzähle. Also, eine schwimmende Stadt. Und schwimmt sie denn auch? Achso, nee. Ist ein, äh, ein Mysterium. Eine Stadt, die im Himmel schwebt. Okay. Ist diese Art von Float. Ähm... Und er zeigt nach draußen aus dem Fenster und sagt, das wurde neben, in der Nähe von Regina gesehen. Auf, an, in diesem Zug. An diesem Morgen. Hä, ich will es gar nicht wissen. Ich rolle nur die Augen. Und einige andere nicken aber zustimmend. Na gut, okay. Ja, Ladies and Gentlemen, es ist wahr. Ich will es gar nicht wissen. Das macht nur Ärger. Hm, ich ignoriere ihn und esse weiter. Was sind die alle so leichtgläubig, die Leute? Glauben an fliegende Städte. Pff, die glauben sicherlich auch an Städte am Nordpol. Pah, Humbug. Aber Monsieur Fogg ist immerhin amüsiert davon. Gut, wir erreichen Regina. Dann können wir uns ja selber ein Bild davon machen. Ähm... Ich mache ihm erstmal ein bisschen Tee. Und dann... Sage ich einfach nichts an... Außer er möchte aus dem Zug raus. Aber das will er ja hoffentlich nicht, oder? Jaja, wir fahren weiter nach Winnipeg. Gibt überhaupt keinen Grund hier auszusteigen. Ganz gemütliche Fahrt. Winnipeg. Ich kann nichts tun. Das heißt, wir kommen einfach um eins hier an. Und ich denke mal, ich würde gucken, ob wir sofort hier weiter können. Ich schaue mal zuerst auf das Planning. Chicago. In drei Tagen. Aber wir können es gratis auf morgen verbessern. Um 10 Uhr fährt es ab. Okay. Das heißt, eine Bank bringt uns nichts. Dann kann ich einfach mal schnell zum Markt gehen. Die Harmonika ist hier wertvoll. Die möchte ich gern verkaufen. New York. Heavy Storm. Railway Man. Ja, das ist alles noch super. Brauche ich alles. Air Traveller. Warum nicht? Atlanta und Ottawa. Ottawa komme ich vielleicht nicht vorbei. Aber andererseits könnte es auch nichts schaden. Field Glasses Air Traveller. Ach, 199 für den Kram zusammen. Kann man tatsächlich mal machen, glaube ich. Ist jetzt nicht die Welt. Und wir haben noch Platz im Koffer. Solange wir Platz im Koffer haben, kaufe ich jeden Mist. Dann würde ich direkt die Negotiation schon mal machen. Nicht, dass das noch irgendwie wegfällt. Wir möchten direkt morgen abfahren, denke ich mal. Obwohl, nee, das kann noch warten. Kann das noch warten? Ja, das kann noch warten. Vielleicht wollen wir doch noch eine andere Route finden. Vielleicht finden wir es heute Nacht, wenn ich jetzt hier übernachte. Oh, da kommt auch schon ein Event. Es fing alles an, als mein Herr und ich um eine Straßenecke in Winnipeg gingen und uns plötzlich mit einem galoppierenden Pferd ohne Reiter konfrontiert zu haben. Ich bereite mich darauf vor, die Zügel zu schnappen, als es vorbeikommt. Das ist sicherlich nur verängstigt und ich kann das vielleicht beruhigen. Oh, es hat wild rollende Augen, gelbe Zähne, Schaum vom Mund. Oh Gott, das ist Tollwut oder sowas. Ähm, ich schnapp's mir trotzdem. Ziehe hart daran, aber das Pferd kriegt es nicht mit. Im Gegenteil, es zerrt mich mit durch die Straßen. Ähm, ich schwing mich auf seinen Rücken, wie es ein Pariser Akrobat nicht besser könnte. Und es zittert und hat sicherlich seinen vorherigen Reiter auf irgendeine grausame Art und Weise abgeschüttelt. Ähm, und möchte das mit mir jetzt genauso machen. Aber nicht mit mir. Ähm, ich, äh, steche mit meinen Stiefeln in seine Seite und versuche es zum Anhalten zu bringen oder zumindest abzubremsen. Stattdessen wird es nur schneller. Und dann sehe ich, wie mein Meister, mein Herr immer weiter, weiter in der Ferne verschwindet. Und ich werde von einem Pferd gekidnappt. Oh Gott. Ähm, aber es war trotzdem ganz spaßig. Die frische Luft, das weite Land und das Pferd unter mir. Nach einer Stunde oder so hat er sich ein wenig beruhigt und lässt mich von seinem Rücken hinunterrutschen. Ich, ähm, muss ein bisschen die Muskeln strecken. Und dann beginnt plötzlich der Erdboden zu vibrieren. Ah, vielleicht hat es das Erdbeben vorhergespürt. Oh, eine Staubwolke steigt auf. Oh. Moment, was? Nein, von wegen, kein Erdbeben. Das sind, äh, die, die, ähm, rot bemantelte Mounted Police von Kanada. Oh Gott, das kann ja nicht gut ausgehen. Gut, dass ich den Zug noch nicht verhandelt habe. Am Ende werde ich jetzt hier verhaftet. Äh, ich... Heb die Hände und tu so, als wäre ich harmlos. Halt! Stopp! Pferdedieb! Äh, ich protestiere. Tja, ja, ja. Ich werde verhaftet und in den Kerker geschmissen. Aber am nächsten Tag immerhin freigelassen. Musier Fock erklärt die Umstände. Und die Mounted Police ist zwar nicht begeistert, äh, da, äh, begeistert von meinem Vorschlag, doch das dämonische Pferd einzukerkern. Äh, 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 aber sie lassen uns trotzdem raus. Hach. Gut. Dann reise ich ab. Ich habe einen Plan. Ähm, Chicago ist nicht ganz das Ziel, das ich haben wollte. Aber ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, nach Venice zu kommen. Und ich möchte eigentlich gar nicht exploren, wenn ich eine Route habe, die sofort abfährt. Ich denke mal von Chicago, ja, das ist natürlich wieder Burlington. Ich will ja eigentlich, äh, ich möchte nicht, ich möchte eigentlich vermeiden, dass ich dann wieder diesen Schlenker machen muss. Soll ich nochmal erkunden? Ich könnte noch einen Tag hierbleiben und erkunden. Äh, aber eigentlich, äh, wenn ich eine Route habe, möchte ich eigentlich abfahren. New York wäre schon schön. Ich weiß halt, ich weiß nicht, wie ich von Chicago weiterkomme. Das ist das Problem. Ich habe ewig letztes Mal gesucht nach Routen von Burlington nach, nach New York, was eigentlich nicht so schwer sein sollte. Ich habe nichts gefunden. Aber ich kann die runter verhandeln, ohne dass es mich was extra kostet. Und das ist gerade, glaube ich, für mich das entscheidende Argument. Und ich glaube nicht, dass es durch Winisk und Ottawa und Quebec viel schneller geht, ehrlich gesagt. Wobei es schon verlockend ist, weil ich meine, ich muss eh da möglichst nah an den Polarkreis wieder ran, um heimzufahren. Na gut. Ich nehme jetzt mal ein Risiko auf mich. Ich werde mal noch vier Stunden erkunden. Ich kann immer noch morgen abfahren. Wir haben noch viel Zeit und ich möchte eigentlich doch lieber die nördliche Route nehmen, wenn ich was finde. Ja, ja, da haben wir zwei neue. Okay, ich glaube, die Entscheidung war gut. Ottawa, oh, das ist super. Ja, das ist genial. Direkt nach New York. Okay, das war die richtige Entscheidung. Das war perfekt. Ich nehme ein paar Stunden, erkunde und schaue, wie wir hier am besten weiterkommen. Und dann gucken wir mal, wann das abfährt. Oh, eine Woche braucht das. In vier Tagen? Wir können in zwei Tagen los. Um 10 Uhr. Dann können wir noch einen Banktag einlegen. Das ist okay. Die Route ist genial. Die möchte ich eigentlich nehmen. Aber ich kann mal noch gucken, was die anderen Routen machen. Natürlich. Ich könnte auch hier nach... Iwu... Oh Gott. Iwu Jivik. Am Dienstag komme ich da schon an. Ich fahre morgen ab um 9. Ich weiß aber nicht, ob von da aus Schiffe nach Hause fahren. Das ist ein bisschen das Problem. Von New York kenne ich es schon. Kenne ich es schon, ist natürlich auch ein Argument dagegen. Das ist ja... Also die Spannung ist natürlich in Iwu Jivik viel besser. Und wir haben... Das ist eigentlich... Okay, das ist unsere nördliche Route hier. Ich möchte morgen hier abfahren mit dem Auto nach Iwu Jivik. Ich glaube, diese Entscheidung möchte ich treffen. Ja. Das heißt, wir gehen zurück nach Winnipeg. Auf dem Markt war ich eh schon. Ja, ja. Aber dann würde ich einfach direkt übernachten. Und vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen. Gibt nichts, was ich hier erkunden müsste. 76 Pounds. Naja, nicht die Welt. Und dann Abfahrt nach Iwu Jivik. Und von da aus fliegt bestimmt ein Luftschiff heim. Garantiert, oder? Das muss doch. Da muss es was geben. Also, auf an Bord. Uh, Arktik. Das ist die Kältereise hier. Und egal wie kalt das wird, wir fahren hier um die Welt im Nordpolarzirkel, um zu zeigen, dass das natürlich die kürzeste und schlauste Route ist. Es gibt keine Gleise hier, sagt einer der Frauen. Und auch keine Luftschiffe. Es gibt nur einen Weg zu reisen. Und das ist dieses metallrädrige Auto. Viel Glück. Ich schlucke. Das war das wildeste Terrain, das wir bis jetzt getroffen haben. Was? Wirklich? Nach dem Nordpolarkreis? Hm. Okay. Lass uns mit Leuten reden. Wir brauchen natürlich eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Also erzähl mir bitte, dass es eine Route gibt von Iwu Jivik nach Reykjavik. Ja, ja. Reykjavik. Island. Mhm. Mhm. Möglicherweise, sagt sie. Möglicherweise. Äh, wenn nicht, dann vielleicht nach, ich weiß nicht, wo Nanortalic ist, aber vielleicht ist das irgendwo in Grönland oder so. Wir fahren nach Iwu Jivik mit einer gemischten Gruppe von Pelzhändlern in einer Flotte von Autos. Äh, angeführt von einem, einer, äh, Christophilie. Aber der Übersetzer ist halb Inuit, halb Holländer. Was? Aber sie kann kein Holländisch, was? Ach so, sie ist in Holland geboren. Okay, okay. Sie übersetzt natürlich nicht nach Holländisch. Sie ist Holländerin, halb Holländerin, aber sie kann kein Holländisch. Ihr Vater ist, ähm, auf dem Meer ertrunken, bevor sie geboren wurde. Verstehe. Das einzige, was er ihr hinterlassen hat, waren diese blauen Augen. Diese wunderschönen blauen Augen. Äh, 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 da springt sie nicht drauf an. Sie wäre lieber ganz Inuit. So wurde sie erzogen. Äh, alles klar. Sie sieht noch nicht so aus, weil sie zu blauäugig ist. Na gut. Äh, ups. Ich wollte mir noch die Neuigkeiten anschauen. Da sind wir schon wieder da. Die Zeit geht auch immer sehr, sehr schnell, äh, voran, wenn wir unterwegs sind. Hat man kaum Zeit, da unten was anzuklicken. Okay. Äh, ähm, die, die, äh, Motoren der Autos müssen enteist werden, ähm, am Morgen. Die hatten nicht so viel Glück, dass sie die Nacht in einem Haufen Biberpelze verbringen konnten, wie wir Passagiere. Wir hatten, äh, wir sind ohne Verzögerung abgefahren, sage ich jetzt. Hehe. Und erreichten Winisk, äh, am Ufer der Hudson Bay. Und von da aus geht es um Schifffahrt. Habe ich die, habe ich, habe ich eigentlich jetzt, habe ich das nicht angeklickt? Sind wir, kommen wir gar nicht bis dahin. Kommen wir nur bis Winisk. Ach so, genau. Das geht direkt weiter. Da gehen wir direkt in einen Frachter, einen Frachter-Kanu. Ähm, und fahren direkt über Hudson Bay oder auch genannt Kangik-Salu, oh Gott. Kangik-Sualuk-Ilua. Wow. Ähm, plötzlich reißt das Kanu hart nach links und der Navigator ruft, Eisscholle! Äh, ich vertraue auf meine Balance und Beweglichkeit, lehne mich in die Bewegung des Bootes und stütze meine Knie ab. Und, ähm, Herr Fock? Oh, er verliert seinen Hut und der wird vom Wind weggetrieben. Nein, den können wir doch noch schnappen, oder? Ach ja, da gibt es bestimmt ein Achievement für. Und für Achievements tut man schließlich alles. Ich springe rauf und versuche ihn mir zu schnappen. Ich balanciere an der Kante des Kanus und schnappe ihn mir tatsächlich mit den, äh, Spitzen meiner Finger. Und dann gebe ich ihn mit großer Geste, meinem Meister, zurück. Und er ist stolz auf mich. Gut gefangen, Passepartout. Tja, nur ein ganz normaler Tag im Leben für das Passepartout. Ein wirklich herausragender Diener. Und der Rest unserer Reise nach Ivojevik verging ohne jegliches Ereignis. So gefällt mir das. Wir wollen jetzt nur noch eine kleine Atlantiküberquerung. In 23 Tagen. Das sollte doch hervorragend machbar sein. Das grundsätzliche Problem ist, ich habe noch keine Route hier. Und ich habe nur die Option, hier ein Hotel zu nehmen. Wir sind auch sehr spät angekommen. Ich fürchte, ich werde noch einen weiteren Tag zum Erkunden brauchen. So, dann gehe ich doch mal in die nächste Bar. Und zwar, ähm, bringe ich einem Paar Inuit bei, wie man Whist spielt. Und die bringen mir einige Schimpfwörter in Inuktitut bei. Mindestens die Hälfte davon war auch wirklich echt. Wie dem auch sei. Ähm, rup. Ihr seid neu in der Stadt, sagt die, ähm, eine ältere Frau mit dunklen Augen und sehr viel Selbstvertrauen. Ähm, wir sind nur auf der Durchreise. Das ist Madame Opique Aynalik. Gott, haben die einen Namen hier. Und sie ist nicht nur die, ähm, Wirtin hier, sondern auch, äh, die, ähm, Chefin des Luftschiff-Hangars oder was auch immer ein Controller sein soll. Das ist nicht geschäftig gedruckt hier, damit man den Hangar den ganzen Tag bemannt. Aber das nächste Luftschiff, ja, nach Reykjavik, ja, ähm, das fliegt bald ab. Wir sollen einfach sagen, Opik schickt uns und dann werden wir garantiert einen Unterkunft finden und damit fliegen können. Ähm, ich trinke mit ihr, um das zu begießen. Ähm, auf unser Glück. Dann hat sie auch was davon, weil wir ein bisschen Geld ausgeben bei ihr. Und was in Iwo Jivik passiert, bleibt in Iwo Jivik. Also, mache ich noch ein paar, äh, wilde Wetten, die ich vielleicht später nicht ganz so stolz bin. Ja, sehr schön. Mit Airship auch wieder, das heißt, es geht recht flott. Ah, hier war dieses Nanotallic gewesen. Das ist gut. Da wollen wir aber nicht zwischenstanden. Wir wollen direkt nach Reykjavik und von da aus nach Hause. Kommt morgen an. Das ist Wahnsinn. Luftschiffe über den Atlantik sind unglaublich schnell. Um 5 fährt es ab. Warum sollen wir warten? Los geht's. Ein günstiges Plätzchen in einem alten Airship, das direkt nach Reykjavik fliegt. Ähm, okay, nicht direkt. Wir machen einen kurzen Stopp an der Südküste von Grönland. Schnee, Schnee und noch mehr Schnee. Tja, die Meteorologen haben halt 100 Wörter für Schnee. Äh, ich möchte mit jemandem reden. Ich möchte nämlich gerne eine Route von Reykjavik nach London finden und dann werden wir daheim. Okay, der Kapitän hier hat einen Freund in Reykjavik. Aber kann er mir auch sagen, wie ich von Reykjavik nach Lissabon komme? Nach Snowden? Ach, ja, na toll. Äh, Moment, halt. Doch, er hat eine Route für mich. Äh, okay, er hat eine London-Route für mich. Warum auch immer. Ich verstehe manchmal diese Diskussion nicht. Manchmal rede ich mit Leuten. Ich habe das Gefühl, sie geben mir keine Antwort. Oder ich habe es nicht richtig gelesen. Und dann kriege ich trotzdem eine Route. Vielleicht auch einfach damit, dadurch, dass ich mit ihnen geredet habe. Auch ohne, dass ich die spezifischen, äh, die Routen hier anspreche. Oder ich klicke einfach zu schnell durch und habe es nicht richtig gelesen. Aber ich dachte, er hätte jetzt nichts gesagt. Also ich hätte auf jeden Fall nicht die Option London. Ähm, außer Snowden, was ich da als letztes angeklickt habe, wäre irgendwie ein Ortsteil von London oder sowas. Keine Ahnung. Da, äh, glaube ich eigentlich nicht. Aber naja, egal. Vielleicht habt ihr es ja verstanden. Dann schreibt es mir in die Kommentare, damit ich es auch verstehe. So, der, ein Blizzard tobt draußen. Das ist nicht so gut. Ähm, und die wollten hier für ein paar meteorologische Ablesungen zwischenhalten. Ähm, ich kann kaum die Gebäude sehen. Und bleib mal lieber im Luftschiff, als rauszugehen. Ähm, achso. Achso. Die, das ist quasi nur im Vorbeiflug nehmen wir den Kram hier auf. Der schnappt sich das mit einem Haken. Achso, nee, okay. Nein, 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 nein. Ich habe es falsch gesagt. Der schnappt sich, äh, quasi, der wirft so einen Anker. Der wirft einen Haken aus, damit wir da ankern können. Am Dock. In Nanotalic. Ähm, ja. Oh, achso, Moment. Warum fahren wir jetzt nicht weiter? Ich dachte, er will nach Reykjavik. Denn dieser Außenposten hier ist öde und freudlos. Und bemannt von einer einzigen Seele, die, ähm, über die Instrumente wacht. Und ganz genau alles mitschreibt. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich hier leben würde. Keiner lebt hier. Das ist kein Ort, den man zu Hause nennen kann. Es ist nur ein Stopp auf dem Weg. Und, äh, selbst wenn du der, der arme, äh, Bastard bist, der hier angeheuert wird, um ein halbes Jahr, äh, hier zu arbeiten. Ah, wo wir gerade vom Teufel reden. Der Pilot öffnet eine Tür und bittet mich hinein. Äh, äh, will sie ihn nicht zuerst begrüßen? Achso. Der mag gar nicht, dass solche Luftschiff-Kapitäne hier das Ding trecke ich mal. Die will mich jetzt aber nicht hier absetzen, oder? Das ist kein Trick, oder? Dass irgendwelche, der Wettpartner mich jetzt hier standen lassen. Hm. Auf jeden Fall ist da dieser Mensch. Oh, Moment, den kenne ich doch. Ha, es ist Viti Jokinen, den wir auf der Nordpol-Expedition getroffen haben. Viti! Oh, äh, ist der noch, äh, war der sauer auf mich? Nee, das ist ja einer der Erbauer. Das ist ja keiner von den Einwohnern der Nordpol-Stadt. Dann ist alles gut. Ha, Passepartout, was in aller Welt tust du hier? Hey, ich hab' dasselbe gerade gedacht. Wir sind nur ganz kurz hier, um nachzutanken. Oh, es war Feigheit, die ihn hierher gebracht hat. Er gibt sich die Schuld für den Absturz des Icewalkers. Und rennt vor seiner Schuld weg. Aber offensichtlich nicht weit genug. Ah, er ist nicht der Schuldige dafür. Keiner hatte daran Schuld. Die Bedenmungen des Nordpols sind schuld. Aber Zeit und Einsamkeit haben ihm geholfen, sein eigenes Ich zu entknoten. Und er ist froh, mich zu sehen. Da teilen wir doch ein bisschen Tee. Und die Daten, die er da sammelt. Und dann, ja, können wir jetzt direkt weiter nach Reykjavik. Die London-Route haben wir auch schon. Also ab dafür. 25 Dollar kostet es nur. Und fliegt um 11 Uhr ab. Genügend Platz. Immer noch schlechte Bedingungen. Dem Fock geht's auch nicht gut. Dem hätte ich mich wieder ein bisschen um ihn kümmern müssen. Kälte ist einfach sein Gift offensichtlich. Nirgendwo geht's ihm so schlecht wie im kalten Klima. Vitti kommt, um uns abfliegen zu sehen. Wünscht uns viel Glück. Und meine Antwort wurde vom Wind gestohlen und vom Schnee. Und ich sehe zu, wie seine dick behandschuhten Hände uns zum Abschied winken, als wir im Blizzard verschwinden. Mosefock! Ich möchte dir gerne ein bisschen die Schuhe polieren oder sowas. Stille. Unter uns werden Kriege gefochten, Herzen gebrochen, Flüche ausgestoßen, Leben beginnen und enden. Aber alles, was wir hier draußen sehen, sind brechende Wellen und endloses, driftendes Eis. Ich bügel Herrn Fock die Hemden, aber ich krieg das Bügeleisen nicht heiß genug für lang genug. Nach so langer Zeit waren wir fast zu Hause. Wie klein würde London wirken, wenn wir endlich ankamen. Jetzt, da wir die ganze Welt aus dieser erhöhten Position gesehen hatten. Ah, nicht die ganze Welt. Der ganze Süden ist uns noch offen. Na ja, wenn man schnell genug klickt, kann man den auch noch ein bisschen aufheitern hier. Und schon kommen wir an in Reykjavik. Das Wetter wird klar und das Wasser der Faxafloy Bay scheint in einem unglaublich hellen Blau tief unter uns. Der Tumult und der Blizzard scheinen fast schon wie ein Traum. Gut, hier sollten wir überhaupt keine Probleme haben, heimzukommen. London ist in greifbarer Nähe. Fährt morgen ab um vier. Die Silver Seal. Und kommt am Montag an. Also nur drei Tage. 660 Dollar, easy. Wir haben so viel Geld übrig. Ich habe auch diesmal sehr, sehr viel abgehoben am Anfang und danach sehr, sehr wenig ausgegeben. Die ganze Nordpol-Expedition hat fast nichts gekostet. Das war schon eine ziemlich gute Route insgesamt. Auch wenn wir da wahrscheinlich hätten draufgehen können. Dann möchte ich mal nicht länger drum fackeln machen. Wir übernachten und wir sollten nach 63 Tagen ankommen. Was eigentlich ein ziemlich guter Rekord ist. Reykjavik ist eine stille Stadt mit wenig Einwohnern. Aber hat trotzdem das Gefühl eines kommerziellen Zentrums. Die Flagge von Dänemark flattert über der Handelshalle. Oh, hoffentlich sind die nicht noch böse, dass wir bei diesem Attentat da beteiligt waren. Das wäre jetzt was, wenn wir da verhaftet werden. Gut. Der Komfort hier stammt vor allem von den natürlichen heißen Quellen, die wir natürlich gerne ausprobieren in einem offenen Gebiet des Hotels. Und Mosefok sitzt am einem Ende des Pools und ich am anderen. Und wir atmen den Dampf ein mit einem erleichterten Seufzen. Die schrecklichen arktischen Einöden schienen jetzt tausend Jahre zurück zu liegen. Es war eine lange und anstrengende Reise. In der Tat, sagt Herr Fock. 61 Tage, aber wir sind noch nicht fertig. Kurz darauf waren wir zurück in unserem Abenteuer. Aber ich fühlte mich etwas unwohl mit unserer Erdumrundung. Ja, eigentlich haben wir ein bisschen gemogelt. Na ja, gut. Aber er hat natürlich die Wettbedingungen sehr genau festgelegt. Wenn seine Wettpartner im Reformclub etwas besser aufgepasst hätten und ein wenig ambitionierter werden, hätten sie natürlich erkannt, dass eine Polartour tatsächlich die Idee schon von Anfang an war. Von Anfang an? Von wegen. Sicherlich war nur das Glück unser Reisebegleiter. Herr Fock konnte auch unmöglich gewusst haben, dass die Erbauer hier eine Arktis-Exposition planen oder von der geheimen Stadt oben auf dem Gipfel der Welt. Oder nicht? Tag 61, murmelt er. Und immer noch etwas Distanz zu bereisen. Das soll nie noch trotzdem kein Problem mehr sein. Das Geld haben wir. Wir fliegen direkt ab. Wir können nur noch einen Koffer mitnehmen, aber ich möchte die ganze Reise mitbringen, so kaufe ich mir jetzt schon noch den Platz dafür ein. Es ist eine unangenehme Reise hier, aber ich denke nicht, dass uns irgendwas Großes hier mehr aufhält. Wir zischen ab. Die Silver Seal ist eine Geyik aus dem Ottomanischen Imperium. Wie lange brauchen wir? Drei Tage. Kann nicht schneller gemacht werden. Was? Habe ich gedacht, wir kommen am Montag an. Jetzt ist es schon Samstag. Haben die mich schon wieder belogen? Drei Tage klingt nach einer langen Zeit. Was? Aber es ist nicht lang, wenn wir noch so viel Zeit haben. Und selbst Herr Fock sollte das nicht denken. Ist doch alles super. Alles super. Die haben überhaupt keinen Grund zur Klage. Und ich werde auch überhaupt nicht versuchen, diese Reise irgendwie zu beschleunigen. Der Ozean schlägt wieder Wellen unter uns. Und ich genieße es einfach mal, mit niemandem zu reden, nichts zu tun, nichts zu wissen, niemanden zu bezirzen, zu verführen oder ihn dazu zu bringen, uns zu helfen. Nur Wind und Zeit. Das war doch letztes Mal schon so. Der letzte Reiseabschnitt ist immer etwas entspannter, weil wir wissen, dass wir rechtzeitig ankommen. Passepartout macht, dass wir schneller ankommen. Da hat er denn nichts aus dem New Orleans-Inzident gelernt? Wirklich? Er will schneller? Warum? Wieso? Warum? Wer wäre ich, um die Wünsche meines Herren zu ignorieren? Ich gehe zum Kapitän. Schneller, sagt ihr. Kann nicht gemacht werden. Es würde die Motoren zerstören. Warum soll ich was riskieren? Warum? Wir brauchen kein Risiko, keine Gefahr. In zwei Tagen sind wir in London. Er verspricht es. Das wäre sicherlich ein dramatisches Finale, wenn wir wirklich irgendwie am 79. Tag wären oder so. Aber ich, nein, nein. Ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe hier definitiv kein Risiko ein. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir irgendwie abstürzen und 20 Tage stranden. Es gibt überhaupt keinen Grund. Genau, genau. Es gibt überhaupt keinen Grund, besorgt zu sein. Wir sind vollkommen sicher in unserem 80-Tage-Fenster. Und wir können dann den Reform-Club und unseren Preis abholen. Die restliche Zeit verbringe ich mit dem Niederschreiben dieser Geschichte. Obwohl ich feststellte, dass die Details unserer früheren Abenteuer schon ganz vage und nicht mehr so genau in meiner Erinnerung zurückblieben. Und dennoch, wir kommen auch wie versprochen am Montag an. Im Hyde Park zum ersten Mal nach 63 Tagen wieder englische Erde unter den Füßen. Und rechtzeitig, um die Werte zu gewinnen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ist das nicht unglaublich? 80 Tage, 70 Tage, zwei Achievements. Oh, gibt es auch eins für 60 Tage? Hm, hätten wir eh nicht erreicht. Selbst wenn ich den Boiler angefeuert hätte. Dann bleibt nur noch eins. Und wir gucken nochmal in unser Gepäck, was wir alles so mitgebracht haben. Wollhosen, Wollshirts und ein Evening-Jacket. Das hat uns schon die ganze Reise begleitet. Ein Buffalo-Hide, der uns sehr, sehr gut durch die Arktis geführt hat. Genauso wie die Schuhe. Die haben wir sehr häufig gebraucht. Die Smith & Wesson haben wir leider nicht mehr die Gelegenheit gehabt, sie irgendwie einzusetzen oder zu verkaufen. Der Rum war auch sehr gut für die Arktis. Der Wodka, weiß ich gar nicht, ob wir den trinken konnten, aber Rum haben wir definitiv getrunken. Oilskin, Heavy Storms. Wir waren nicht so viel auf dem Meer unterwegs mit Schiffen. Wir waren fast immer in Luftschiffen. Die Würfel haben wir natürlich nicht gebraucht. Wer würde auch betrügen? Field Glass, das haben wir gerade eben noch beim Air Travel eingesetzt. Railway Set. Diesmal haben wir ja nur eine sehr kurze Eisenbahn-Episode gehabt. Und die Cotton Flower können wir natürlich nicht mehr verkaufen. Soll uns ein Souvenir sein. Genauso wie dieser wundervolle Walross-Zahn hier. Den wird sich Herr Fock an die Wand hängen als Erinnerung an die Arktis-Reise. Und dann wollen wir mal zurückkehren. Ich schnappte mir meinen Herrn und warf ihn in ein Dampftaxi und rief zum Reform-Club. Und ich könnte selber fahren. Nein, das ist unhöflich. Am Ende verhaften bin ich noch oder sowas. Ich werfe ihm 50 Pfund hin, damit er schnell macht. Nochmal 50, wenn wir ankommen. Herr Fock ist natürlich ganz ruhig. Es gibt keinen Grund zur Eile. Aber ich, ich habe es eilig. Die Straßen von London sehen so niedlich und altmodisch aus. Die Wägen hier sind von Pferden gezogen. Und es gibt Gaslappenstand, Elektrizität. Tja, wir haben so viel Neues gesehen. Jetzt kommt uns London altmodisch vor. Gut. Ich zerre meinen Herrn von seinem Sitz und öffne die Türen des Reform-Clubs. Und dort gehen wir in den Great Saloon, wo meines Meisters fünf Gegenspieler von ihren Stühlen aufstanden und schockiert drein standen. Monsieur Fock richtet sich ein wenig gerade auf und sagt, Gentlemen, here I am. Und der ganze Raum explodiert in Jubelrufen. Wo kam die Menge nur her? Sind sie uns von der Straße hinein gefolgt? Ich habe es kaum bemerkt. Aber ich realisierte, als wäre plötzlich ein Zauberspruch von mir abgefallen, dass wir Erfolg gehabt hatten. Und trotz einer total unkonventionellen Route hat mein Herr 20.000 Pfund gewonnen. Mit den 4.000, mit denen wir begonnen hatten und den Schulden von den Banken, die wir auf dem Weg verwendet hatten. Und unserem verbleibenden Geld war es ein Gewinn von über 18.000 Pfund. Kaum eine geringe Summe. Tatsächlich habe ich gedacht, das wäre mehr auf dem Spiel als 20.000 Pfund. Mein Herz begann wieder zu klopfen und ich sah zum ersten Mal die große Menge, die sich den Weg in den Club gebahnt hatte, um dieser monumentalen Gelegenheit beizuwohnen. Ein Journalist in einer dunkelblauen Kappe fiel mir ins Auge. Ah, und ihr müsst der treue Diener Passepartout sein, sagt sie. Oh, es war keine Männerstimme, eine Frauenstimme natürlich. Verzeihung. Madame, sie haben ein scharfes Auge. Das bin ich in der Tat. Ich verbeuge mich. Ganz London ist fieberhaft den Abenteuern, dass Phileas Fock gefolgt. Ich weiß gar nicht, wer darüber berichtet hat. An der Arktis gab es wohl kaum irgendwelche Reporter. Selbst von Gastown kann die Nachricht wohl kaum schneller zurückgekommen sein als wir, oder? Na gut, vielleicht haben die Telegrafen. Unser Herr wird die morgige Headline sein in der Zeitung. Oder sie isst ihren Hut. Tja ja, er wird die Popularität nicht genießen, denke ich. Eher nur den Wettgewinnen, naja. Wie dem auch sei, ich bahne mir den Weg zu meinem Herrn Fock, der von der jubelnden Menge verschluckt wurde, und sage ihm, ihr habt die Wette gewonnen, Monsieur. Nö, als wenn es wahrer wäre, würde dadurch, dass ich es noch einmal laut sage. Und dann sage ich es noch einmal. Nur zur Sicherheit. Und jeder Gentleman würde sich glücklich schätzen, dich zum Diener zu haben, sagt Monsieur Fock. Und ich wusste, es könnte keine höhere Anerkennung geben. Mr. Fock, Mr. Fock, rief die Journalistin. Was kommt als nächstes für den großen Abenteurer Phileas Fock und seinen treuen Diener Passepartout? Mein Herr schaute mich an und ich lachte wie ein Wahnsinn. Vielleicht sollten wir es noch einmal machen, aber diesmal den langen Weg nehmen. Ich schaute herum in die Gesichter der versammelten Menge und zog eine Augenbrau hinauf. Hat jemand Lust, eine kleine Wette abzuschließen? Herr Fock hält sich zurück, um nicht mit den Augen zu rollen. Ich glaube, heute Nacht werde ich etwas zu Abend essen und dann zu Bett gehen. Komm, Passepartout, es wird spät. Ja, Herr Fock, ich folgte. Uh, wir haben eine kleine Siegesmusik. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben natürlich die Mogelroute genommen über den Pol, aber hallo, es war auch hart genug. Also da hätte ja einiges schief gehen können. Und ein wenig gespoilert habe ich mich, als ich ein paar Details zu den Mechaniken des Spiels gegoogelt habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man tatsächlich am Pol sterben, wenn man nicht die richtige Ausrüstung dabei hat. Ich wusste natürlich nicht, was man braucht und es war jetzt auch nicht so, als wäre das nicht knapp gewesen. Ähm, der Herr Fock war ja teilweise auf 20 oder sowas runter und ich habe ihn nur mit Mühe und Not aufgepäppelt. Wie dem auch sei, ein bisschen fader Beigeschmack ist natürlich drin, dass wir diese Mogelroute genommen haben. Aber dafür können wir jetzt auch in der Zeitung lesen. Ein umjubelter Engländer Phileas Fock gewinnt die Wette um die Welt. In 63 Tagen, trotz der unermesslichen Größe der Welt. Mit einem Umweg über Reykjavik und fast versterbend in den arktischen Wüsten. Wir haben nur 13 Städte diesmal besucht. Wir sind 12.687 Meilen gereist, was gar nicht mal so weit ist. Wir sind am liebsten mit einem Airship geflogen, das ist auch absolut richtig. 2000 Meilen bei See, 2800 Meilen bei Land, äh über Land, 7700 Meilen durch die Luft. Und wir sind well healed, was auch immer das bedeuten soll. Wir sind leidenschaftlich, unsere Dienerschaft ist stark. Wir haben gute Beziehungen zu unserem Herrn Fock. Und die einzige Frage an meine lieben Zuschauer hier, die auch immer fleißig kommentiert haben und dafür vielen Dank. Ohne euch hätte ich garantiert die falsche Route genommen. Zum Beispiel nach San Francisco. Wer macht denn sowas Doofes? Die einzige Frage an euch bleibt, sollen wir es nochmal wagen? Sollen wir nochmal um die Welt und zwar eine Südroute nehmen? Wir hätten immer noch die Möglichkeit, ah ich kann die Karte, kann ich die Karte drehen? Ja. Also wir haben hier die zwei Routen, die wir genommen haben. Die erste ging hier durch den Suezkanal, über Indien, über russische Städte an Korea vorbei, über Japan. Mit Umweg über Honolulu, durch San Francisco, durch New Orleans, durch New York, zurück nach London. Und die zweite Route ging in den hohen Norden bei den Finnen vorbei, dank unserer Kompass-Manipulation. Nach Tromso in die Arktis hinein, wo wir wirklich, wirklich lange Zeit auch zugebracht haben. Auf der anderen Seite hinab, nach Gastown in Kanada, mit der Railway hinüber an die andere Küste und dann mit dem Luftschiff zurück nach Hause. Der Kreis ist gar nicht mal so groß, also es ist wirklich streckenmäßig eine recht kurze. Und wenn wir noch einen Versuch starten würden, wäre meine Route diesmal die afrikanisch-australische. Das heißt, wir würden versuchen, von Start aus möglichst scharf nach Süden abzubiegen, direkt ins Herz von Afrika oder vielleicht die afrikanische Küste hinunter. Vielleicht sogar auf dieser Seite hier, auf der Westseite. Unten ums Kap, über Madagaskar, nach Australien hinüber, nach Neuseeland, nach Südamerika und dann am Ende wieder hoch. Das ist eine unglaublich lange Route, eine wirklich, wirklich, wirklich lange Route. Aber ich bin mir sicher, es gibt da allerlei Abkürzungen zu erkunden. Und deswegen möchte ich von euch wissen, soll ich es noch einmal versuchen, ein drittes Mal um die Welt? Schreibt es mir in die Kommentare. Und auf jeden Fall wieder vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es denn ein nächstes Mal geben sollte. Tschüss und frohe Weihnachten. Bald. Ich drücke mal noch auf Continue. Ah ja, dann sind wir wirklich schon wieder in London.